Skiddo? Oh! Mika! 3, 2, 1, hallo YouTube, was geht es wieder so weit? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf MikiTV. Ich habe mich optisch ein bisschen verändert. Mir taten die ganzen Dicktrees, die ich selber gezogen habe, nicht wirklich gut. Falls euch Pokémon-Operings gefallen, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. In diesem Sinne viel, viel Spaß mit den Highlights. Und dahinter haben wir... Keldeo in Holo. Sehr nice. Bisasam! Oh, so ein Feini. What the fuck? Dann haben wir Kreis in Reverse, Holo und dahinter... Oh! Zoroark in GX. Sehr geil. Wasserenergie in Reverse und dahinter... Oh! Und dahinter haben wir... Pokémon-Züchterin. Und dahinter schimmerndes Jirai. What the fuck, Digga? Wie krass sieht es bitte aus? Was ist hier los? Shiny? Holy shit, Mann. Boah. Und übrigens, für die Leute, die es interessiert, am Samstag werden wir dieses Display aufmachen. Das ist ein Team Rocket First Edition. Am Samstagabend geht das Schmuckstück hier auf. Und dahinter haben wir wieder ein Latios in Holo. Dahinter haben wir... Oh! Oh, what? Was? 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 Kannst du mal in den Stream gucken? Das schimmernde Rai Quaser. Wie? Wie findest du das? Find ich mega gut. Das ist mega selten. Du hast das fünfmal. Du hast es fünfmal? Ja, es war ein Bug. Ich hab das so oft gezogen. Kein Witz. Ich hab das wirklich fünfmal. Ach, ich mute mich wieder. Scheiße. Dahinter haben... Oh, holy shit. Pikachu-Sack ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Nimm ich mit. Flo und Schick. Und... Zack-Schon in Holo. Bist du schon? Ich bin nicht süchtig. Alter, what the fuck? Allein unten der leuchtende Stern. Was ein Feini. Und dahinter haben wir... Es ist so krass, was wir ziehen, Digga. Es ist so krass. Digga, es ist so krass. Und dahinter haben wir... Ohohohohohoho. Digga, die Scheunies sind so krass. Die Scheunies sind einfach zu krass, Digga. Gollbitz. Und dahinter haben wir... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. 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 Noch ein Rainbow. Ja, jetzt geh ich ins Discord. Jetzt geh ich ins Discord. Guten Abend. Hey, und? Hast du was? Ja, ich hab was. Willst du gucken? Zeig dir mal. Ja. Zeig dir mal. Was? Ja, okay. Das ist halt geil. Ja, sag, dass du es nicht hast. Ich hab es nicht. Ja, du hast es nicht. Ich hätte es sehr gerne. Du hättest es gerne, ne? Ja. Oh, ich freue mich. Scheiße. Ja, geil. Ja, okay. Ist geil. Scheiße. Okay. Ich ziehe weiter. Ja, viel Erfolg weiterhin. Wunderschön. Wirklich. Scheiße. Ja, ja. Ich bin glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ja, es kann nicht sein. Sorry, dass ich störe, aber es ist halt. Ja, was hast du? Ach du Scheiße. Es ist halt, also was ich hier grad ziehe. Also das muss ich sagen, Glückwunsch. Aber ist das alles legit, was du da ziehst? Holy Shit. Ich hab hintereinander quasi Raichu Rainbow. Also erst Shiny Mew fand ich auch krass. Dann Rainbow Raichu und dann das Mewtwo. Ist das die geilste Karte für dich aus dem Set? Ja, es ist die geilste Karte. Ist die geilste Karte, ne? Die steht so doll im Regal. Voller Ehrfurcht hab ich sie hier und voller Stolz. Und jeder, der kommt meine Sammlung ansieht, die machen gar nicht Auge auf Holomewtwo First Edition Deutsch, sondern die gucken sich alle die an. Die wird immer vom Kartenständer abgenommen. Das sagt man sich, was für eine geile Karte. Scheiße, die ist ultra gut, man. Hä, wie viel hast du insgesamt aufgemacht? Ich hab tatsächlich jetzt insgesamt bin ich bei 30 Boostern. Was? So wenig? Ja. Und dahinter? Anti-NG-X. Dahinter haben wir... Oh, ich dachte schon... Ich dachte schon, dass Mewtwo in Shiny, aber es ist das Normale in GX. Super Anziehungskraft und... Hä? Seedot. Oh, geil. Sehr, sehr geile Karte. Nachtenergie. Auch coole Karten. Aber die meisten kenn ich tatsächlich nicht. Schuppet. Joltik. Sandile. Skiddo. Oh! Nein! 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 Ich hab's gesagt. Ich habe es gesagt. Ich habe es euch allen gesagt. Ich hab es euch allen gesagt. Ich hab es euch allen gesagt. Oh mein Gott. Hals, Maul. Oh mein Gott, nein. Max, ich hab's dir gesagt. Ich fass es nicht. Hals, Maul, Miki. GZ, Junge! Digga, Miki. Geil, Alter. Max, soll ich dir sagen, aus dem wievielten Booster? Na? Aus dem vierten. Ich habe vier Vivid Voltage Booster aufgemacht. und zieh das Rainbow Pikachu. Das geht gar nicht, Mann. Was hast du heute für ein Lucky Day? Digga, bist du dumm? Es wird ja alle Karten gezogen, die es gibt. Ich bin grad... Max, ich dachte, ich... Ich hab die letzte Karte grad weggezogen. Ich seh das Pikachu nur in Rainbow. Ich hab... Ich hab... Ich hatte... Ich hatte ein Blackout kurz. Ich hatte auch ein Blackout bei Regenbogen-Glura. Ich hab's gar nicht... Mein Körper konnte es gar nicht verarbeiten. Ich dachte, ich hab aufgehört, völlig zu atmen. Ich wusste gar nicht mehr, was abgeht. Wie sag ich mit dir? Hättest du Bock? Ich wär dabei. Challenge? Sechs Monate? Sechs Monate. Und dann in den Ring. Und dann in den Ring. Sechs Monate und dann in den Ring. Aber nicht vier. Ich bräuchte schon sechs. Wirklich? Wirklich. Ohne Schaufler? Ohne Schaufler. Digga, echt? Wirklich. Echt jetzt? Wirklich. Ich wär sofort dabei. Ich bin dabei. Moin, Hank. Du wärst auch dabei? Ich wär da komplett bei. Richtig? Boxtraining? Dreimal die Woche? Training, Ausdauertraining, Krafttraining. Auch zusammen, meinetwegen. Vendseittraining, Beinarbeit. Zusammen. Und in sechs Monaten stehen... Alle in der Boxstudio. Twitch-Streamer-Boxen. Großes Eventplan. Mit Corona-Tests. Und, und, und. Ich hab morgen Bock, sag ich dir, Hank. Das sag ich dir. Ja, okay. Ich auch. Ich hab morgen... Ich kenn jemanden. Sechs Monate. Sechs Monate. Ich kenn jemanden. Ich hab morgen Personal Trainer, Max. Trainiere ich zweimal die Woche mit einem Personal Trainer. Würdest du echt machen? Ich würd's sofort machen. Verbrochen. Auch nicht, wenn du merkst, nach drei Wochen... Guck mal, auf der einen Seite, Max, guck mal, das ist jetzt nicht darum, ich sag dir ganz ehrlich, nicht, das Event ist krass und auch dagegen kämpfen und, und, und. Aber die Sache ist halt, wir können dadurch nur gewinnen, weil wir alle körperlich fit werden. Und das Ding ist, du hast eine Fitness-Challenge gemacht, aber dieses Boxen und Vorbereiten und Technik dahinter lernen, das macht richtig Laune, das macht richtig Spaß. Ja, ich hab so Bock, dass du mir richtig eins in die Fresse haust, weil dann merk ich einfach, ich leb noch. Ich bin noch am Leben. Dann krieg ich mal eine endlich. Dann steht das. Erster Achter. Ein Kampf. Erster Achter. Erster Achter. Euer范. Erster Achter. »